Schrieben dann natürlich auch fleißig Autogramme. Ich kann mir vorstellen, da waren auch noch ein paar Selfies drin für die Kids. Und im MRT-Raum, den sehen Sie hier, des Krankenhauses, da wird neuerdings dann ein BVB-Film gezeigt. Thema Südtribüne. Damit soll es dann den Kindern leichter gemacht werden, während der Untersuchung ganz ruhig liegen zu bleiben. Einige Profis, die hatten die Filmproduktion finanziell unterstützt. Bayern-Fan darf das auch nicht sein, sonst hilft da nichts. Also Marco Reus hat natürlich...